Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von, ja, Let's Play Minecraft PvP. Party! Und diesmal ist es ein Partyspiel. Okay, das Hühnchen ist tot. Mit dabei! Das Ganze, ja, mit dabei ist Timo und das Ganze ist orientiert an Mario Party, welches ich eigentlich auch relativ gut kenne. Ich bin halt hier Noob drin, aber okay, stirb Hühnchen. Kuh! Ja, das war... Alter, man sieht hier gar nichts. Also, wenn du irgendwelche Fragen hast, frag mich. Ja. Ich kann es nicht so gut, aber ich kann euch die Spiele mit Mario Party vergleichen. Das kenne ich jetzt nicht in Mario Party, aber... Ja. Ein paar andere kenne ich. Was wurde ich? 25. 21. Boom! Okay, das Spiel hatten wir schon. Ähm... Achso, wir haben ja nicht davor schon gespielt, deswegen. Ich denke, am gescheitesten ist es am Rand zu rennen. Nein. Alter, ich bin genau an seinen Ideen gerannt. Ich bin ein Idiot. Man kann aber über einblöckige Dinge rennen. Wow! Ja, fick dich doch. Ja. Ich finde, das haben sie ein bisschen Blöds gebaut. Oh, ist ein ganz cooles Spiel. Das Spiel gibt es auch nicht in Mario Party. Aber ich finde es ganz geil, wie sie das hier designt haben, diesen Server. Mit dem Bowser, mit diesen Brüdern da. Ich glaube, das ist... Äh, wie heißt eigentlich der Böse von Luigi? Ja, auch Bowser. Nein, es gibt... Und das Spiel, das Spiel gibt es im allerersten Mario Party, äh, mit Pilzen. Rot, 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 rot. Da muss man sich auf eine Farbe stellen und dann... Ja. Das gibt's mit Pilzen. Ist eigentlich ganz... Oh, scheiße. Ganz cool. Ich mag's in beiden Modien. In Mario Party und hier. Hier ist es auch. Geil. Ja, toll. Gelb ist da ganz hinten. Und... Scheiße, 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 das ist... Nein. Äh, ich würde noch in der letzten Sekunde springen. Ja, mache ich eben erstens. Aber das war viel zu weit weg, komm, das war unfair. So wie beim alten Mario Party. Das war da auch immer unfair, stimmt's? Ja, ja, da waren ja nicht... Da waren die Spieler immer fortprogrammiert. Oh mein Gott. Das Spiel hat entschieden, wer gewinnen soll. Ah ja, das war... Ich finde, das ist irgendwie blöd. Ja, aber komm, es war das allererste Mario Party. Ich glaube, das kam für den... Nein! Verdammt! Aber ich hab da keine... Leider nicht so viel Wissen. Komm. 26. Ey! Sechster. Ich bin so gut. Ich schon. Was ist das? Da verschwinden... Ah, ja, 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 ja. Gelb, orange, rot. Ja, 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 ja. Ich war schon... Und bei rot verschwinden sie. Ich hab's für alle jetzt. Ja, ja, schon. Jetzt für alle, die Zuschauen. Vergessen deine Zuschauer. Ja, ja. Ah, bitte. Ja, okay. Younger... War ja, ich glaub, hinter dir, nicht mehr. Shit, alter, äh, shit. Shit, shit, alter, shit, shit, alter, shit. Shit, alter, 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 shit. Welcome, so sh börjanig. Es ist so dermaßen übelst schwer. Es ist echt ein glücksspiel. Shit, ich seh sie nicht. Boah, uh, uh. nein 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 ich bin so ein bimbo sohn und das kenne ich auch in kein mario party nein das klingt so als würde der soundwagen ja es ist wegen dem feuerwerk in einem block verschwindet ich bin zwanzigster geworden ja zwanzigster ich bin schon wieder besser als du ja komm du spielst du so länger schon okay das ist nochmals weg als eine art von spexplexen damit schaffen und ich brauche mal ein bisschen da war auf was sie mein eigenes bin ich eigentlich ein bisschen dumm heute jetzt kann ich da so von einer kaltjahr gar ein kleiner bau und ist neipat von hinten alter klingt zwar ein bisschen gay aber yolo ne komm her mein freund du pussy ich renne ja gott auch gott war das knapp ok ich fetzigen wir ab nein ich bin neben dir halbwegs halbwegs neben dir andere seite von mir ich bin ich komme jetzt zu dir nicht töten ich bin jetzt da achte man da schießt jemand ja ich hab's schon gesehen komm wir machen uns hier in den bunker nee die können uns wegfetzen das ist nicht so schlau du hast doch du hast doch nein ich habe vergessen und das find ich füllen ich habe nur bist du wo bist du nicht da Martin getraut weiter lauf gerade aus da gerade erst aus der kurzen fläche wo noch nichts kaputt ist rechts alle die wo aarow aber geschieftig nicht mehr der reingang haben er macht ich tote ball haben und das gibt es auch nicht die mario party also einige spiele sind schon am mario party orientiert aber ja einige spiele auch nicht wie viele leben denn noch der dinge war fast selbst getötet bin ich eigentlich ein bimbo so es will ich hier natürlich sehen weil du steht nicht ganz schön gut ja ich bin erster geworden es wurden 65 erster nicht schon wieder da ist es am besten ganz anderen zu rennen und dann ja ich habe so angst und dann zeitlich zu springen steht alter das ist schwer das spiel also das ist etwas ein pros ich glaube manchmal ist es gescheiter ja abzusetzen und ein bisschen pause zu machen was vor wer war wer das war alter er war richtig weg da jetzt kommt der babo so hier darf man nicht auf die drohe hat toll wenn man halt nicht sieht oh gott nein war kann man nicht zweiwärts springen mehr anscheinend nicht alter komm leck mich doch im zykali ich würde 28. ich würde 18 her ohne dass es schneeballschlag das ist so dermaßen scheiße glaubst mir das ist ja da musst du erfahren und auch den boden wegbauen okay und dann jetzt er abschießen tot shit er hat mich getötet dieser mongo lebst du noch ja du wer element bei hohen sohn gut nächster hat keine ahnung wie lange es schon läuft was von wem wurde ich abgeschossen steht ihr im chat echt gut wenn ich das spiel mache ich dann noch und dann werde ich ein katz jetzt schauen wie lange die folge schon geht und dann noch ein bisschen aufnehmen zusammenschneiden und ja weil es war also das war es nur ein kleiner teil es gibt noch viel viel mehr ich kenne selbst nicht alle ich konnte das gerade eben auch nicht ich habe schon glaube ich ja ich habe schon alle gespielt wurde neunter ich wurde dritter und nein ich schüttel das nicht jeden tag nur weil ich so gut bin was da kann man schon los ach so nein kann man nicht also man kann fünfte dritter oh gott ja warum geht denn das nicht ich bin dritter ja toll wenn ich hallo was spackt denn das gerade bei mir was für ein scheißdreck alter das spiel mag ich mal so gar nicht das ist am mario kart die pferde rutschen so hässlich ja leck mich doch am zückerli oh gott ja fall doch schneller ich glaube ich bin willst du mich verarschen nein nein du überholst mich nicht daran ist eh schon fast geschafft ich höre schon die gewinnermusik nein 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 letzter block jetzt bin ich jetzt bin ich vierzehnter gewonnen ich war beim letzten block beim letzten block bin ich noch roter gefahren ah das hatten wir gut dann mache ich jetzt schon mal und wir sehen uns in ein paar minuten wieder so willkommen jetzt haben wir ein spiel was wir noch nicht hatten und ja das gibt's das gibt's das gibt's bei mario wow ich bin aber das ist der feuer was animakoyom alter das ist türkisch ja ist wurscht für die die das nicht wissen ich bin aber kein reiner oh nein auf jeden fall ähm was es hat mich nichts erwischt Mario ähm Party DS ja Mario Party DS das ist dieses teller was spielen das ist eigentlich ein spiel für eins versus free also one versus free da kann der eine so diese den teller drehen und dann ähm die spieler wenn er nicht den teller die abwasch , drüsen drehen und dann muss er versuchen die spieler zu töten nicht das ist ein debattest verbagtes ... spiel ja das ist extrem verbaggt das nervt ihr auch also wir werden es vorhin gespielt ich war erster ok go 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 fick dich kissed ihr schon wieder das ist so stark verbaggt ich fick die entwickler waaas universal was nichts war ich war vorne an der spitze okay das machen wir noch mal und dann okay wir sehen uns beim nächsten spiel für mich dasselbe so meine freunde das war es mit dem video wir haben einfach keine andere kein anderes mini spiel gefunden oder sie nicht dorthin gekommen und wer hat noch keine lust mehr weiter zu warten weil es halt noch bei manchen spiel ist schon ziemlich verpackt und das ist ja und das ist ja unnötig auch ja ich glaube wir haben beide gerade keinen bock und ich bin gerade auf gomas server denn wir wollen das neue spiel endergames testen und das kommt dann auch als video aber nicht in diesem part auf jeden fall ich hoffe es hat euch gefallen und dann sehen wir uns bei den nächsten ich empfehle euch ein paar videos mal kurz also falls ihr nicht immer nur minecraft ziehen wollt dann könnt ihr auch in остriker anschauen oh going with der messer's mich ging merz hat mein freund alter ich habe ein gemäss das ich habe heute zwei neue videos hochgeladen wahrscheinlich werdet ihr wenn es dieses video an dem tag schaut wo ist hochgeladen wird dann werde ich die videos gestern hochgeladen haben aber er könnte drei schon waren also drei runden in der zweiten bin ja in der zweiten bin ich richtig gut gewesen finde ich in der ersten schlechten den dritten katastrophal aber schaut euch selbst an also dann bis zum nächsten mal euer mr lp und warum bin ich unsichtbar und hat den packen ok dann bis zum nächsten mal tschö